Sascha, du lädst wieder ein? Ihr könnt doch einfach joinen, oder nicht? Ach stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja, da war ja was. Aktualisieren und dann sauberhaft. Wie immer mal wieder ein Sound anpassen, das speichert er bei mir nicht. Er lässt zwar die Regler gleich, aber es ist immer noch so laut dann. Ok, bei mir passt es. Vielleicht musst du mal eine Singleplayer-Farm anfangen, das da umstellen, dann einmal schlafen gehen, das es speichert und dann... Kann man da überhaupt mehr spielen machen? Ja, musst dich für die BTR erstmal anmelden. Äh, ok. Der Dünger bleibt ewig liegen, oder? Nein, ich glaub zwei, dreimal oder sowas. Ja, aber solange wir jetzt nichts draufsetzen, bleibt da liegen. Äh... Gute Frage, die Felder verschwinden ja mit der Zeit wieder, also... Äh... Erdbeeren? Braucht die jemand, oder kann ich die verkaufen? Ich nicht. Der Joghurt. Brauchen wir nicht, nein. Müssen wir halt nur dran denken, dass wir jetzt so lange kein Gras, äh... Mähen. 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 Das haben wir ja eigentlich genug, was haltet ihr davon, wenn ich, äh... Wenn sich einer von uns die Axt upgradet, damit wir die großen Holzstümpfe gegen Hartholz abfahren können. Kann man schon mal machen. Also... Ich hätte mich jetzt auch angebracht, aber kannst du ja gerne machen, Peter. Ich wurschte, das mach ich nur ein bisschen. Derjenige hat halt... Dann, glaub ich, zwei Tage keine Axt. Hm, richtig. Kostet ein bisschen Gold, ein bisschen Kupfer also. Einfach Kupferbarn mitnehmen. Ah, ich wollt die Recyclingmaschine bauen. Ich glaub fünf Kupfer sind's. Nimm mal fünf mit. Fünf Barren. Nein. Wir brauchen übrigens... ...ein Quarz übrig. Ein Erdkristall. Eine... ...gefrorene Träne. Und ein Feuerquarz. Für? Für die Bundle sehen. Das ist auch nicht. Frohrene Träne. Okay. Das ist auch nicht. Das ist das normal für ein Spiel. Ist das nicht so ein Bauernhof? Jaja. Frohrene Träne. Und andere Meer. Okay. Du hast ja übelst viele Ressourcen. Das ist wie bei Minecraft. Auch wenn ich Minecraft nie gespielt habe. Aber so stelle ich es mir vor. Artisan. Ich glaub Minecraft hat sogar weniger. Ah, ein bisschen Wolle brauchen wir hier auch noch. So, Recyclingmaschine habe ich direkt an mein Haus gestellt. Da kannst du schon mal Zeug reinpacken. Ja. Bin schon dabei. Wir sind Quest offen. Reipholz, Zeitung, Müll. Abrostschleim. Ja, mein Gott. Hier ist ein Kupferachst.. O, Axt. Ne, Kupferhackt! Die Axt. Ne, Kupferhackt! Ne, die Axt. Kupferachst! Wenn man nämlich diese großen 2x2 Baumstümpfe abholzen, kriegen Hartholz dafür. Ich bin da mal weg, ich geh noch kurz was einkaufen. Ach du! Keine freien Plätze auf dem Server. Ah verdammt noch eins. Ihr könnt auch Belohnungen abholen im Museum. Ich hab da grad wieder ein bisschen was gespendet. Auf der Weg. Sternenfrucht. Eine Sternenfruchtsaat gibt's. Sehr cool. Wir sind ja schon im Sommer. Nein, noch nicht. Knapp noch nicht. Also Sascha, die Grafik hat sich leider nicht verbessert. Hätte mich jetzt auch stark gewundert. Keine High End Grafik. Ich hab gestern Abend noch nicht schlecht gestaunt. Ich war noch ein bisschen angeln auf meiner Singleplayer-Karte. Ein Hecht mit 114 oder 117 Zentimetern. Oh fuck die Henni, das Museum hat ja nur bis 18 Uhr auf. Ach hast du den ganzen Trash jetzt bei dir? Äh ne, ich hab mir da nur ne Kiste für meine Werkzeuge, die ich nicht benutze, erstellt. Weil ich mag das nicht, wenn ich irgendwelche Sachen mit mir rumführe. Die ganzen Ressourcen landen natürlich immer noch hier in unseren Hauptkisten. Wenn ich irgendwann mal das System dahinter mir merken kann. Warte mal. Was ist der Lehm hier? Kupfer, der Linke. Kupfer, Gold. Ach ich muss noch schnell ans Meer zu den Krabbenhäusen. Hab in Yorkrat, die kann ich mitnehmen. Hast du auch Köder mit dabei? Äh, in meiner Angel? Ja, dann nimm die mal kurz raus aus der Angel und pack, sobald du fertig bist, in jede Räuse wieder einen rein. Bitte, danke. Ein Kupferbarn brauchen wir, ein Eisenbarn, ein Goldbarn. Okay. Perfekt, danke. Biffi! Mhm. Biffi! Absolut ultimativ, was geht denn mit dir? Oh, wir kriegen einen Monsterblumenkohl. Nein, das... ...sind doch paar Snips. Ja. Und rechts der Blumenkohl ist auch fertig, ja. Er hat das nur ein bisschen verschnellert. 1800, 1900. Oh, passt. Huui! Achso, die kann man sammeln, okay. Achso, scheiße. Die Auster, die hätte ich eigentlich gleich wegschmeißen können. Wow, die kann man auch alle sammeln. Mhm. Also fünf, fünf goldene, bitte. Wenn wir das noch kriegen. Mhm. Ähm. Wie viel habt ihr? Hier, ich hab eine. Fünf goldene, hab ich. Nice. Ich hab nämlich drei silberne und acht normale. Okay. Dann, äh, die goldenen... ...die goldenen in die Kiste rein. Die packe ich dann gleich oben ins... ...Zenter. Okay, ich hab die ganz rechts in die Kiste. In die silberne. Wunderschön. Sehr schön. Ist das auch schon mal... Können wir überhaupt noch irgendwas sammeln? Naja, zwei Tage. Ne, da wächst nix. Das lohnt sich nicht. Die werden vermutlich auch nicht fertig werden, ne? Der Rest ist gegossen. Ja, ja. Wunderschön. Ja, aber so viel. Gehen Sie jetzt. Komische Community Center und... ...Paketchen hier fertig. Äh, ja. Ich geh dann gleich mal ins Museum und hol die Belohnung nach. Ja. Dennern Fruchtsamen und... ...ein komischer Stelle zum Aufstellen. Oh, ist wieder ne Quest. Äh, ne Juja-Cola. Haben wir noch eine? Sollten wir in der Kiste haben. Warum? Caroline will gerne eine haben. Spricht irgendwas dagegen, wenn ich mir die nächste... ...ääh, die bessere Angel hole jetzt? Das habe ich mir nicht. 7.500 kostet die, glaube ich. Wir kriegen heute noch ordentlich Kohle. Ab mit dem Controller. Oh. Nein, das ist es nicht. Das ist es. Blacksmith-Bundle. Äh, Pierre hat heute Geburtstag. Okay. Oh, nice. Die Minecarts sind repariert. Also, morgen sind sie repariert. Dann müssen wir nicht mehr alles laufen, sondern können uns ein bisschen... ...schneller bewegen. Mhm. Bewegt dich mal ein bisschen schneller, oder? Hopp, 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 hopp. Was mag denn Pierre zum Geburtstag? Die alte Socke. Mir hat er Seetang bekommen. Hat er sich gefreut? Er hat gesagt, oh, das ist für meinen Geburtstag. Na einmal. Kann man jetzt sehen, wie man möchte? No. Also, ich wäre jetzt schon angepisst. Ganz ehrlich. Wenn einen guten Seetang von mir bekommen würde, dann brennst du. Ja, Mann. Der wurde mit Liebe geangelt. Genau. Krass, Mann. So was Undankbares. Ja. Das ist doch echt nicht zu fassen. Wenn er schon kein Seetang mag, dann... Was hat das denn überhaupt noch für einen Sinn? Ich schenke Pierre einfach ein Stück Leben. Seht ihr, und ich habe heute nur Liebe zu verschenken. Ganz viel Liebe. Jetzt. Der ist ja richtig abartig, Mann. Lass das. Ja, Mann. Aber lasst mal selbst über verfeinerten Quarz, freut er sich nicht mehr. Was verschenkst du einfach? Reinst du? Kupfererz, 25. Okay. Kannst du die Erze behalten, nach dem Clint sie begutachtet hat. 260 Goldstücke. Ja, danke. Geh zur Kupferkiste und nimm mit Rechtsklick eins nach dem anderen raus, bis du 25 hast. Dann wird's das abgeben. Haben wir schon so viel angesammelt? Ja, easy. Du bist cool. 41. Das ist nice. Das ist nice. Da ist die Joja Cola. Joja Cola. Jojo Cola. Jojo Baröl. Gustav. Gustav. Unsere... Unser Hühnerstall ist fertig, glaube ich. Na dann. Brauchen wir jetzt nur noch das Silo. Jep, Hühnerstall ist fertig. Bauen wir mal ein paar Zäune. Ah, warte mal. Ich muss noch Lehm mitnehmen. Was habe ich gesagt? Lehm, Kupfer und Stein, oder? Ja. Äh. Wie viel Kupfer waren das? Zabarna-Stellen. Ich glaube 5 kann das sein. Nicht 7. Ja, bin ich blind? Wo ist es denn? So. Du willst jetzt das Kupfer haben. Kupfer-Barn. Oder Nebarn. Nee, du brauchst Nuggets. Kupfererz. Kupfererz. Ja, doch. Hier, nehm das schnell raus. Mach deine Quest fertig. Dann muss ich es verarbeiten nachher. Für das Silo. Kupfer und Schmied. Richtig? Jep. Nicht die Höhle vergessen. Unsere Pilzhöhle, ne? Regelmäßig. Abklappern. Von Pilzhöhlen halte ich mich normalerweise etwas fern. Du gehst da gefälligst rein. Fünf Kupfer, ja. Riecht dann immer so unangenehm. Nee. Also für den Dungeon brauche ich ein bisschen eine bessere Waffe. Für unter Höhle 40? Ja, ich war jetzt bei so einem Fahrzeug drin. Ja, ist schon. Die halten schon ziemlich gut was aus. Warum hängt immer wieder meine Taschstatue jetzt gerade? So, ne? Nee, bleib aber auch und so. Mal wieder stehen. Gut, dann bringe ich dir mal deine Erze wieder zurück, Sascha. Und dann flitze ich schnell an den Strand. Ja, Schubi. Musst du dir immer schon, was ich... Ne, ne, ich packe die einfach in die Kiste rein. Das ist... Dreher, Angelgerät, zwei Eisenbahnen. Wo kann man denn den Stein hinstellen? In deinem Haus. In deinem Haus, ja. Und ein Fischköder. Am Freitag irgendwas tolles im Fernsehen. Ne. Sascha, hattest du dich mal ein bisschen näher mit dem Angeln beschäftigt? Mit den einzelnen Gegenständen? Inwiefern? Weil ich habe jetzt die Möglichkeit entweder einen Dreher zu erstellen, der die Beißrate etwas erhöht. Oder einen Fallenfischköder, der dafür sorgt, dass die Leiste langsamer abnimmt, wenn ich halt mal nicht im Zielbereich bin. Ja, würde ich das vorschlagen. Ja, aber ganz ehrlich, damit habe ich aktuell überhaupt kein Problem. Dann den anderen. Weiß nicht. Dann gar keinen. Es gibt hier und da immer mal Situationen, wo halt wirklich mal so ein Fisch dabei ist, der so richtig rausreißt. Der von oben nach unten. Ja, den reiche ich aber so auch nicht. Ach fuck, ich bin zu spät. Dann gehe ich jetzt auch noch ein bisschen angeln. Ja, ich wollte jetzt noch schnell die Angel holen. Es ist auch schon halb acht. Äh. Achso, ein Erdkristall brauchen wir für was anderes, ne? Das Bundle. Hm, ich brauch. Hätt auch noch mal einen gebraucht. Achso, das könnt ich ja zuerst machen. Das Bundle wartet. Das läuft nicht weg. Ne Quest läuft weg. Ja, wir haben gerade auch gerade keinen. Na, jetzt aktuell haben wir keinen da. Alles gut. Vielleicht sollten wir von den Steinchen jeweils einbehalten, immer, oder sowas. Ne Kiste machen dafür. Für alles, was man aus der Mine rausholt. Ne Kiste ist ja alles aus der Mine links drin. Nein, ne Kupfer. Baue ich aber die... Deine Zapfhähne, ja. Pack ich die aber hier hin, oder? Das kann man noch mal... Okay, aus Müll kann man Stein machen. Auch nicht schlecht. Jo. Red Wings, Slime. Okay. Bundle noch ready. Vorbereiten. Schauen wir mal. Ja, der im Zelt oben wohnt. Der hat gerade Müll aus einer Kiste geholt. Ah, die Story. Mülltonne. Blah. Da sind die ganzen Steine hin, Alter. Ich habe alle dabei. Ups. Dacht man jetzt gerade nur, warum ist unser Lager leer von Steinen? Ich habe alle gegessen. Na, ich glaube es gleich. Ah, goddammit. Hilfe. 90 Slime brauchen wir hier. Das Bundle bin ich jetzt doof. Irgendwo brauchte ich doch... Dingensbummens. Wolle zum reinpacken. Einmal Bundle. Ja, da Wolle. Passt. Eisenerz. Oh, ab nach Hause. Oh, er macht es uns heimelig. Guck dir das an. Oh. Packt überall kleine Kerzen hin. Kleine Kerzen. Oh, du. Ähm. Komo. Sagst du zu mir. Du rennst hier gerade mit den Teelichtern durch die Kante, nicht ich? Ich glaube, ich mache mir die Idee. Also ab ins Bett. Bett, ja. Bett, 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 Bett. Ist schon wieder knapp genug. Einmal mit Profis. Echt, ich bin gleich wieder da. Gib mir mal kurz einen Moment. Sag bitte, womit der Fieberglas, Angel. Like some webbles. We. up in there. We. We. Untertitelung des ZDF, 2020